Ich denke mal, auch Einschüchtern ist zwar eine Form von Druckausübung, aber wenn ich dann jemanden habe, an den ich mich wenden kann, und diese Probleme sind bei uns nicht des Öfteren, aber ab und zu auch passieren, es besteht eine Möglichkeit, sich dem Betriebsrat zuzuwenden. Früher gab es einen Ausspruch, einen Streichholz kannst du brechen, alle Streichholzer mit einmal oder viele kannst du nicht brechen. Und so sehen wir das eigentlich auch, oder sehe ich das persönlich auch, bin ich organisiert, egal wo, habe ich eine Macht hinter mir. Und die Macht bedeutet, man kann sie nicht so ohne weiteres brechen. Und so sehe ich das auch als Betriebsrat und als Gewerkschaftsmitglied. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank! Vielen Dank!